Einen wunderschönen guten Tag, da gehen wir heute rein. Wir schließen die Lücke zu dem Stream vom Samstag. Wir machen hier einfach direkt weiter mit einem kleinen Race. Während unser Gold hochgeht und unsere Forschungsbomb weiterlaut, schauen wir uns das hier an. Eine Runde macht einen weg, das ist gut. Ich habe schon einen Ritter verloren. Ja, zwei Ritter. Macht 700, naja, rollen wir mit einer Runde einen weg. Du 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 du. Ja, wandern wir ein. So, gehen wir mal ganz kurz zurück. Nur ganz kurz. Und besorgen uns ein paar neue Kriege. Und checken wir gerade mal ein bisschen ab. Wer denn hier noch anderes Zeug braucht. Blub. Und rein. Hm. Ähm. Geht die einen Ganzen geben. Ja, jetzt. ich will das gold von denen haben die haben nämlich über 200.000 oder so und übrigens so ich bin king and reborn und ich bin neuer gegen graubut der mensch ja gut der 2000 leben das schon ganz cool ist ziemlich nah ist an einer stirbt dann geht dort wirklich gesamt ab hier runter bleibt also nicht stehen die reduziert sich mit gut mit dem bonus weil es ewig weit weg ist von zu hause wir haben hier 86 azipäden halten weil die nahrung hat stimmen ja eine richtig große variante hier in der nahrung aktivität ist noch nicht so ein luxus gute problematik ja weiter geht es so wie ein mg mit leider oder so ja dass die welle ist wo die leute wieder sterben aber trotzdem mehr leute kanone oder einfach rein und geplündert so easy haben zwar die ritter verloren aber was soll's haben wir ein bisschen kohle erbeutet eigentlich können wir auch mit den handel treiben aber hier ist schon handel pro handel und so haben wir hier eigentlich das nedelstein wiener und wo kommen die bäume ist nicht von hier und er ist ein einfach außer frisische bäume ok es sind einfach außer frisische gebäude ok das war so nicht gedacht ach wo klicke ich denn hin brauchen einen markt wenn wir überspringen ist gut gehen wir nämlich hier wieder neue häuser dran pflanzen eben mal schnell bauen kostet ja nicht die welt 20 häuser haben keine ziegel mehr das schlecht aber ist nicht schlimm wir können dafür das hier wegreißen was hatte ich gesagt 2467 2467 passt alles sind wir jetzt bei 2467 tut mir leid dass wir das fette haus da wegräumen müssen aber es ist halt so ist reserve niedrig na das glaube ich nicht erstmal ein bisschen einkaufen überall so ein bisschen was rein drücken so und weiter geht's wir wollten einkaufen da lamm haben wir alles gemacht da können wir noch was holen für Wein nur warum nicht ich sag euch also manchmal ist es echt schwierig eine folge aufzunehmen wenn man immer angerufen wird ohne grund also das heißt ohne grund ich werde bestimmt jetzt in der folge und die aufnahme geht erst neun minuten aber ich versuche das aufzunehmen geht schon viel viel langer das ist ja also im prinzip versuche ich jetzt eine stunde auf zwei hier in der folge aufzunehmen das ist ja ein tunnel als ertrag plus 30 gut da haben wir jetzt ein tunnel und das ist ein bisschen awkward hier so können wir das schon mal vorbereiten der hier definitiv ziehen einfach mal ein paar tunnel hier durch da muss man mal ein platz freilassen ok ja gut warum auch nicht so dann können wir das hier auch schon mal ah nein das nicht aber bis hier schon mal ja auch bessern irgendwie Wein schon eingelagert ist ja unter der edel sachen sein ja aber nix anfässern scheint nicht und das hier eigentlich auch schon mal abreißen oder ja wenn die ersten auch schon arbeitslos das ist ja gar kein problem und wenn wir nachher feststellen ob da hinten die leute gebraucht werden oder nicht aber wenn es erstmal die hier hinsetzen damit wir den ausgleich haben die alles in ordnung aus hat ziemlich eigenes ressourcen und was braucht ihr denn dann gehen wir hier wieder auf lederbekleidung das hier auch dann gehen wir hier und dann gehen wir hier hier auf Er ist drin. Das läuft auch. Dann brauchen wir jetzt eine Bibliothek. Glas haben wir eh gerade keins. Das kann man auch gerade mal rauswerfen. Immer zu wenig von. Das brauchen wir auch nicht. Windfleisch. Brot. Schade, dass man nicht durchtabulieren kann. Ja, wir könnten das in der Priorität durchschieben, aber das brauchen wir nicht. Wohl, die bauen wir zwar auch an, aber noch eine Sache. Kokosnuss. Warum nicht? Iri? War das nicht viel platt gemacht? Ist mir fast sicher. Naja, egal. Technologie. Hier können wir gerade nichts mehr rein drücken, aber ihr könnt das hier noch nehmen. So. Ja. Geschafft. Sprengen. Die nennen wir mit. Das brauchen wir. Das nennen wir auch diesen. Gießen. So. Dann hatten wir hier ne Schule, ne? Ja. Schule. Das wird von anderen Schulen nicht gestackt. So. 655. Ja. Passt. Wenn wir hier die Bank reinschrauben. Ja. Perfekt, oder? Wir brauchen halt mehr Leute. Damit die die ganzen Jobs hier nehmen. Ja. Perfekt. Ah ne, warte. Das ist hier ein bisschen ungünstig. Oder? Äh, ja. Das ist hier tatsächlich ungünstig. Das ist hier ein bisschen ungünstig. Warum nicht? Wo war die Lehngrube? Ja. Ja, ja. Nicht genug Glas. Ja. 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 Und dann haben wir das auch geklärt. Können wir hier noch einen Köhler dran bauen? Lars, okay. Haben wir noch so ein Pumpding hier? Nein. Nein, das kommt mal weg. Und dann machen wir das hier mal eben zu einer Doppelstraße. Ja. Eine Brücke. Perfekt. Nein, 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 falsch, 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 falsch. So, damit da mal ein bisschen Platz zwischen ist. Stein auf Stein. Stein. Das ist fein. Ziegelfisch. Stein. Markt. Und das. Warte. Schnell bauen. Ja. Könnten wir direkt hier neben setzen. Oben waren die kleinen Dingsen. Haus zu weit entfernt. Ja, ja. Alles gut. Das ist so gewollt. Du kannst da hingehen. Du kommst mal runter. Du kommst auch mal runter. Du wanderst ein. Das hier so wunderbar hinpasst, ne? Das hier so wunderbar hinpasst, ne? Das hier so wunderbar hinpasst, ne? Die andere Seite nur setzen. Münzprägerei. Oh, das sah gut. Ah, das ist aus Goldbarren. Naja, lassen wir mal lieber noch. So, hier können wir erstmal nichts. Mhm. Ansonsten haben wir alles. Ist das okay? Können wir nur noch die Landwirtschaft hochtacken. Und die Wärme. Ah, dann drücken wir noch hier drauf. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Das war Georg Graufoot mit Kingdoms Reborn. Bleibt gesund. Und seid lieb zueinander. Bis dahin. Ciao, ciao.